Hallo, ich bin Markus und bin gern draußen unterwegs. Heute zeige ich dir die Burgruine Tellenburg bei Frutigen in der Schweiz. Die Aussicht von der Tellenburg über das umliegende Gelände ist beeindruckend. Sie wird von den Burgfreunden Tellenburg instand gehalten und ihr könnt vor Ort in einem Spendenkasten einen Obolus für euren Besuch hinterlassen. Leider habe ich in der Nähe keinen Parkplatz gefunden, so habe ich bei der benachbarten Tankstelle nachgefragt und durfte mein Fahrzeug dort für die Zeit abstellen. Der Fußweg von der Tankstelle bis zur Burg beträgt ungefähr 500 Meter und ihr geht fast 40 Höhenmeter hinauf.